Ich bin die Bettina Klett, leite den Freundeskreis des Stadtpalais Museum für Stuttgart und bin definitiv bevorzugt, weil ich umgeben bin von vielen, vielen Menschen, die unsere Stadt lieben, die unsere Geschichte verfolgen, intensiv begleiten und mit Tat, mit Geld, mit Objekten uns helfen, die Stadtgeschichte weiter in unser aller Bewusstsein zu verankern. Wir sehen es als unsere Aufgabe, das Stadtpalais zu begleiten in allem, was hier wichtig ist, was für Zukunft, Vergangenheit, Gegenwart zusammengestellt wird. Endlich gibt es den Ort, an den wir kommen können, Neubürger einladen können, Gäste einladen können. Es gibt endlich einen Ort, an dem wir tatsächlich auch auf unsere Historie hinweisen können. Auch eine ernste Auseinandersetzung mit, woher kommen wir, wie hat sich unsere Geschichte entwickelt, also nochmal neue Facetten. Und wir wünschen uns weiterhin großartige Ausstellungen, wir wünschen uns ein großes Bewusstsein für unsere Geschichte und als Freundeskreis natürlich viele, viele weitere Mitglieder.